Norddeutscher Rundfunk So, Platz 1 hat jetzt die Feuerwehr Haag Team 1 gestartet mit ihrer Standard-Auftabe. Hier liegt jetzt ein Auto am Dach. In diesem Auto liegt wieder eine verletzte Person drinnen. Vorne ist ein zweites Auto. Hier liegt ein Auto am Dach. Hier liegt ein Auto am Dach. Ja, das ist das, was ich wollte sagen. Ja, das ist das, was ich wollte. 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 Ja, da ist das, was ich wollte. Das, was ich wollte. Wettbewerb in den Kopf! Steppen wir als Kommando! Das sind die Gemeinigkeiten! Ich denke, wir müssen verziehen. Prost! Eins, zwei, drei! Eins, zwei, drei! Zwei, drei, drei, vier! Ein wieder! Eins, zwei, drei! So, noch einmal einen großen Applaus! Das sind die Gemeinde, der freie HALG im Ausdruck! Das sind die Gemeinde, die wir ausdrucken! Das sind die Gemeinde! Das sind die Gemeinde, die wir ausdrucken! Die Gemeinde, die die Gemeinde, die wir ausdrucken!